Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Und zwar ist das aus diesem Anlass, ich habe 100 Abonnenten. Es ist noch kein Special, ich freue mich nicht zu früh. Das kommt noch. Ähm, ja. Auf jeden Fall wollte ich jetzt erstmal ein bisschen was besprechen und so. Ich habe jetzt 100 Abonnenten, ich habe einige Leute, die meine Videos schauen. Und ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, euch zu fragen, was ich jetzt auf diesem Kanal weitermachen soll. Wie geht es weiter? Ich habe mir gedacht, ja, ich meine, Let's Play ist okay, WoW, äh, nein. Hin und wieder vielleicht gerne, natürlich. Aber WoW, ich habe keine Ahnung, was ich bei WoW Let's Playen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, weil ich weder raid' ich, noch tue ich sonst irgendwas Spannendes oder irgendwas Lustiges. Und ich möchte euch unterhalten, ich möchte witzige Videos machen. Irgendwas, was euch auch Spaß machen könnte, irgendwas, wo ihr lachen könntet. Das fände ich toll, ich möchte nicht Let's Plays machen. Ich möchte keine einfachen Let's Plays machen. Ich möchte etwas machen, wo ihr Spaß haben könnt. Wo ihr lachen könnt, wo ihr irgendwas, wo ihr das euren Freunden zeigt, weil es so lustig ist oder so irgendwas. Und das fände ich eben sehr cool. Ähm, ja. Ich habe mir gedacht, WoW lasse ich jetzt erstmal bleiben, vollkommen. Weil ich mache hier eigentlich praktisch gar nichts. Ähm, ja. Dann habe ich mir überlegt, lol, ich meine, ich habe einige Freunde, ein paar vielleicht, die schauen meine Videos an. Und sie haben gemeint, so, yo, mein, lol, schaue ich mir nicht an, weil, äh, was soll ich da. Es ist jetzt nicht wirklich spannend, das glaube ich. Ich kommentiere weder irgendwas dazu, noch ist der Film nicht spannend. Ich habe einfach nur das Gameplay versnellert und dann die Musik runter. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Und deswegen möchte ich irgendwelche Comedy-Sketche, oder irgendwas Witziges machen. Irgendwas, wo ihr lachen könnt. Das heißt, schreibt mir bitte mal, das wäre mir jetzt echt wichtig, einfach in die Kommentare, was ich machen könnte. Weil eine einzelne Person hat weniger Ideen, als eine Community zusammen. Ähm, ja. Meine letzten zwei Videos sind anscheinend sehr gut angekommen. Das eine war, dass Kelly wurde gehackt, mein Vorschlag für YouTube. Und das andere war, ähm, mein erstes Video kommentiert. Ähm, das eine hat 60 Aufrufe, das andere irgendwie 25. Und das habe ich gestern hochgeladen, vorgestern oder so. Ähm, und das finde ich doch ziemlich cool. Also es gibt einige Leute, die mich aktiv schauen. Und das finde ich richtig schokoladig. Aber so richtig. Und deswegen wollte ich euch jetzt mal fragen, was könntet ihr mir anbieten, zu machen? Was ich machen soll? Irgendwelche witzigen Sachen, irgendwas einfach. Oder irgendwas, worüber ich mich aufregen kann, oder so. Und weiter. Zu Borderlands. Okay, das ist genau das gleiche wie mit WoW. Borderlands, es ist einfach ein ewig langes Spiel. Du kannst so hoch kommen und es macht nach einer Zeit einfach keinen Spaß. Ich bin kein Freund davon, ein Spiel einmal, ähm, die ganze Zeit weiterzuführen. Ich kann sowas nicht. Mir wird das nach einer Zeit zu langweilig. Deswegen wollte ich einfach Spiele spielen, die ich einmal spielen kann. Und das war's dann. Sowas fände ich richtig cool. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch Vorschläge geben. Addet mich in Skype und schreibt mir da, falls ihr keine Lust habt, in die Kommentare zu schreiben. Das ist natürlich verständlich und alles. Ihr könnt mich gerne auf Skype adden. Einfach lang hxd. Ihr werdet mich finden. Ihr müsst nur dazu schreiben. Yo, ich bin einer deiner Zuschauer und ich hätte ein paar Vorschläge für dich. Dann nehme ich euch an. Wenn ihr die Standardnachricht habt, dann nehme ich euch nicht dran. Weil, äh, man weiß ja nie, was das für Menschen sind und so. Yo. Ich hoffe, ähm, wir bekommen ein paar Ideen zusammen. Und vielleicht können wir das ein bisschen ausarbeiten und alles. Und, ja, ich hoffe, dass es noch was wird. Und ein 100 Abonnenten-Special wird es auch bald geben. Keine Sorge. Das kommt auch bald. Ähm, ja. Mal schauen, was daraus wird. Bis zum nächsten Mal und ciao.